Hallo Kinder, ich mache heute mit euch einen ganz kleinen Hip-Hop-Tanz, der heißt Sprungtanz, auf Englisch heißt das Jump, Jump Dance. Wir fangen ganz einfach an, macht was ihr könnt, aber ich glaube, ihr schafft das auf jeden Fall. Die Schritte sind super, super einfach, die meisten von euch sollten das auch kennen. Wir fangen an erstmal in der Mitte, ganz locker, wie ihr möchtet, schwabbelig, wabbelig, Hauptsache nicht ganz gerade und wir fangen an mit dem rechten Fuß. Arme zur Seite und dann springen. Dann mit dem linken Fuß und dann springen. Dann nehmt ihr die Hände, überschränkt sie, wie ihr möchtet oder so, wie ihr das für richtig haltet und dann springen. Jump! Und dann nehmt die Hände hoch und dann dürft ihr erstmal winken und dann jump. Also haben wir viermal springen. Dann rollen wir die Hände, so oder so. Das ist nicht wichtig. Wir gehen vier Schritte nach vorne. Roll, 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 roll. Vier Schritte. Und jetzt nach hinten. Eins, zwei, drei und vier. Wir stehen uns hin, rechte Hand raus, raus, linke Hand raus, rechte Hand dreht sich um und wir machen die Pfannkuchen, wir machen die Pancakes. Die Pancakes. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr ein bisschen mit dem Popo wackeln, mit den Pancakes. Und einfach hin und hier wackeln, wie ihr möchtet. Auch mit den Beinen, wenn ihr möchtet. Jetzt machen wir die Rollerblades. Machen mit der Hand. Make the Rollerblades. Make the Rollerblades. Make the Rollerblades. Make the Rollerblades. Ja, ich berühre mit meiner Hand einfach meinen Kopf ganz leicht. So. Make the Rollerblades. Make the Rollerblades. Dann nehme ich meine Hände und mache eine Schlange. Eine Schlange. Einmal hin, einmal her. Ja, viermal. Eine Schlange. Und dann wackele ich mit meinen Knien hin und her. Und die Hände pendeln aber hin und her. Und dabei könnt ihr auch ganz schief sein und machen, was ihr möchtet. Und eure Schultern bewegen, wozu ihr Spaß habt. Und ganz zum Schluss kommt die Welle. Das ist die Welle. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Und dann fängt alles von vorne an. Und zwar mit dem rechten Fuß. Fuß. Fuß nach rechts. Und jump. Fuß nach links. Und jump. Nehmt die Hände zusammen. Steht euch so krumm und schief hin. Und jump. Nehmt die Hände nach oben. Und jump. Und dann geht das weiter und so weiter. Und ganz am Ende dürft ihr machen, wozu ihr Lust habt. Ja. Ganz zum Schluss des Liedes. Und hier total ausflippen. Und machen, was ihr super findet. Alles klar? Dann lass anfangen. Alles klar? Alles klar? Alles klar? Alles klar? Also Rise. Und die Hände sind. Alles klar? Pas palavra. Ja. Ich Remember. Dann Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für heute. Hallo Kinder, wir machen zusammen heute mit mir einen kleinen Hip-Hop-Tanz und der heißt Jumping Jack. Jumping Jack, das ist das englische Wort für Hampelmann. Kennt ihr alle, jeder kennt Hampelmann. Geht so, oder? Habt ihr schon mal bestimmt gemacht, kennt jeder. Und dieses Lied heißt so, ne? Jumping Jack. So, und der ist ganz, ganz einfach. Versucht das mit mir zusammen zu machen. Ich erkläre euch die Schritte und versuch sie nachzumachen, okay? Wir fangen an mit zweimal Jumping Jack. Eins und zwei. Und dann machen wir die Hände von zu Seite zu Seite. Rechts und links. Einfach schaukeln. Und dann noch einmal Jumping Jack. Immer zweimal. Und jetzt gehen wir nach links. Und wieder zurück nach rechts. Ganz einfach. Ich zeige euch das nochmal. Wir gehen einfach nur zur Seite. Auch wieder zurück. Und jetzt nochmal Jumping Jack. Jetzt die Hände oben. Schüttel, schüttel, schüttel. Unten. Schüttel, schüttel, schüttel. Und jetzt wieder zweimal Jumping Jack. Und jetzt könnt ihr eure Schultern bewegen, euer Popo, wie ihr möchtet. Und jetzt geht's weiter. Okay. So. Schüttel, 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 schüttel. Und jetzt geht's mal. Ist das, was ich PhD это schon mal lieber? Ja. Musik Hallo Kinder, ich mache heute mit euch wieder einen kleinen Tanz und der ist richtig, richtig toll und super einfach. Ich erkläre euch die Schritte und ihr versucht sie nachzumachen und wenn es nicht klappt, dann versucht ihr das halt irgendwann alleine nochmal und dann klappt es irgendwann viel besser. Ich muss das ja auch so lernen. Dieser Tanz heißt der Klatschtanz. Klatschen heißt auf Englisch Clap. Clap, klatschen. Und das ist der Clap Song. Wir stellen uns einfach hin, wie ihr möchtet. So oder so. Hauptsache nicht ganz gerade. Das sieht nicht gut aus. Ganz locker und wir klatschen nach rechts dreimal. 1, 2, 3. Auf die andere Seite und wir klatschen dreimal. Und nochmal. Wir klatschen. 1, 2, 3. Und wieder auf die andere Seite. 1, 2, 3. Die nächste Übung. Ich nehme meine Hände und versuche die Decke zu berühren. Wo ist sie denn? Weit, weit über mir her. Und meine Knie machen mit. Womit das nicht so langweilig aussehen, drehe ich mich dabei um. Ja. Ich stürze die Decke. So. Jetzt sind wir zurückgekommen. Jetzt kommt die nächste Bewegung. Wie eine Welle. Schafft ihr das? Das ist ganz einfach. Weil die Hand ist ganz gerade. Seht ihr das? Ganz gerade ist die. So. So eine Schlange. Und dann schaukele ich einfach hin und her. Von einer Seite auf die andere. Seht ihr das? Ich schaukele immer hin und her, ne? Damit es ein bisschen besser aussieht. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt machen wir eine kleine Wiederholung. Wir fangen wieder mit dem Klatschen an. Auf die rechte Seite. 1, 2, 3. Andere Seite. 1, 2, 3. Das schafft ihr. Andere Seite. 1, 2, 3. Und letztes Mal. 1, 2, 3. Und wenn das nicht so langweilig ist, gehe ich ein bisschen tiefer. Weil das sieht total doof aus. Ich gehe immer runter und hoch. Runter und hoch. Die nächste Übung ist, wenn die Schultern. Ja? Steht euch ganz gemütlich hin und macht, was ihr möchtet mit euren Schultern. Ihr könnt die Schultern so bewegen. Oder so, wie ihr das möchtet. Hin und her. Einfach die Schulter bewegen, so wie ihr Spaß habt. Schafft ihr das? Probier es einfach aus. Das klappt. Die nächste Übung ist, wir fahren einen Bus. Drive the bus. Hier ist mein Lenkrad. Ist ein großer, weil das ist ein Bus, nicht so ein kleiner. Und jetzt fahre ich den Bus. Ihr könnt auch so machen, wenn ihr möchtet. Jeder mag seinen Bus fahren, wie er möchtet. Na? Und ein bisschen schaukeln, wenn ihr möchtet. Jetzt kommt die nächste Übung. Wir klatschen schon wieder, aber dieses Mal unten. 1, 2, 3, und ganz hoch, 1, 2, 3, jetzt wieder tief, 1, 2, 3, und jetzt wieder hoch, 1, 2, 3, die nächste Übung ist total verrückt. Wir legen uns auf den Rücken. Müsst ihr aber ganz schnell machen, das Lied wartet nicht. Und dann könnt ihr eure Beine bewegen. Bewegen. Kennt ihr, ne? Das Fahrrad. Einfach ein bisschen bewegen. Aber nicht zu lang. Gleich auf die Füße, weil das Lied geht weiter. Jetzt haben wir, Achtung, wir klatschen zweimal. 1, 2, zeig auf euch selber, 3, noch einmal, 1, 2. 1, 2, 3, und jetzt machen die Füße mit. Ja? Wenn man die Nachbarn ärgert, ne? 1, 2, 3, und jetzt zum Schluss. 1, 2, 3. Hände hoch und fertig. Habt ihr geschafft. Und jetzt zusammen mit mir. 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8. Jetzt rufen wir jetzt so cool C'mon Now clap to the right Just clap to the left Let me say clap to the right What you say Just clap to the left Now check it out Do the shoulder walk Do the shoulder walk And then drive the bus Drive the bus You can clap real low Or you can clap real high Put your hands up. You can clap real low. Oh, you can clap real high. Now let me see you just spin on your back. Spin on your back. Spin on your back. Spin on your back. Now stand to your feet. Get your groove on. Stand on your feet. When they get your groove on. Now you just did the clap with me. You just did the clap with me. Let me see you stomp your feet. Cause you did the clap with me. Come on, come on, come on. I like it, I like it, I like I like it. Come on, come on, come on.